Hi meine Athos, heute ist der 19. Dezember und heute sind ein paar besondere Teile drin. Wir haben dunkelgraue Boxen und Goldwaren. Wunderschön und das zusammen mit noch ein paar anderen Plates ergibt einen Tresor. Und so ein Tresor lockt natürlich unsere Gangster an, die wir mittlerweile gesammelt haben. Da steht er noch ganz friedlich. Und ach, da wird er schon geknackt. Bis morgen Leute, bye!